Oh mein Gott, ich habe 1000 Abonnenten. Das ist die geilste Scheiße, die es gibt. Und ich bin euch sowas von dankbar, dass ihr mir das ermöglicht habt, 1000 Abonnenten zu haben. Das ist mein größter Traum gewesen, so viele Abonnenten einmal zu besitzen. Und jetzt ist es in Erfüllung gegangen. Ja, ich wollte euch einfach nur danken und eine kleine Ankündigung machen. Mein nächstes MHFU-Video wird gleich hochgeladen. Das ist der Silberner Rathalos. Und, ja, ich werde zwei Specials bringen. Einmal ein Special, wo ich Videos von MHFU reinfügen werde und von Assassin's Creed, also gleichzeitig. Und einmal eine Modern Warfare 3 Sniper-Montage. Das dauert allerdings noch mit der Sniper-Montage und mit dem anderen Zeugs. Bei MHFU wird mir der geniale Fatalis 454, beziehungsweise mein Let's Play Partner, halt auch helfen. Und der wird also, wie gesagt, den MHFU-Part übernehmen. Und ich werde schauen, was ich da noch so reinfügen kann. Ob ich irgendwie was noch Spezielles haben will für euch. Und ich werde dann immer Assassin's Creed machen. Und, ähm, naja, es wird mein erstes Projekt mit Sony Vegas sein, was ich so wirklich bearbeite, damit es geil aussieht. Und, ja, ich hoffe, ich werde dabei Erfolg haben. Deswegen entschuldigt, wenn es noch etwas länger dauert. Das 1000 Abonnenten-Special kann sein, dass ich dann schon längst 1200 Abonnenten habe. Oder 1100, keine Ahnung. Das wird man ja dann sehen. Auf jeden Fall danke euch für 1000 Abonnenten. Es war, es war einfach ein geiles Gefühl. Und, ja, ich würde sagen dann, bis zum nächsten MHFU-Part. Ciao.